Hallo, hier meine Würfel, damit ihr mich schön besiegen könnt. Leute, hier muss ich jetzt gewinnen. Kamik, schön umdrehen. Mario, du gestörte Sau! Was soll denn das? Ich habe kaum einen Cut-Mull. Ah doch, ernst. Oh mein Gott! Immer schön Kamik umdrehen. Und alles auf mich drehen. Oh mein Gott, Kamik! Ja, oh mein Gott, ist das viel! Fünf! Aber Daisy kommt auch gefährlich nahe. Ich meine, ist kein Bowser übrig geblieben, oder? Ne! Sehr schön! Ich meine, ist am Anfang ganz von mir liegen geblieben. Das ist ein schlechtes Zeichen. Fuck! Fuck! Anne Borsowink! Scheiße, Daisy! Hör auf! Er wird noch größer! Bitte nicht falsch verstehen, aber er wird wirklich noch größer! Jetzt einmal darf er den Bowser-Flame schießen. Ja! Es hat Daisy getroffen! Oh-oh Boss! König Po-ざlese! Aber ich weiß schon, was das ist. Nein! Aber wenigstens Stacy und ich. Schon wieder. Ach du, meine Fresse, ist das spannend. Hallo! Komm zu mir! Das ist doch einfach nur lächerlich. Ja! Ja! Damit steht es weiterhin Gleichstand zwischen Stacy und mir. Scheiße! Mann, habe ich Angst. Ja! Komm bitte! Was macht der? Oh mein Gott! Die werden vernichtet! Ja! 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 Komm! Daisy, schnell wegmachen! Ich fühle es, Mats! Nein! Oh mein Gott! Ich habe dieses Video-Spiel gewonnen! Bin ich jetzt der Superstar? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, lass mich der fucking Superstar-San! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt nicht die, meine Geräte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Hu! Oh mein Gott! Das bin auf keinen Fall ich. Das ist Karmik. Was? Okay. Mensch, wie ich sage. Ich, ich, ich. Das bin immer ich. Ja. Komm, lass mich gewinnen. Der Superstar ist. Fuck. Mindestens zweiter möchte ich sein. Scheiße. Okay, Finale, Finale. Finale! Nein! Mann! 66, wie viel hatte ich? 56. 50. Gut, da hätte auch der, das Spielführer-Ding nichts mehr gebraucht. Mann, hätte es doch keine zwei dritten Plätze gegeben, dann hätte ich wahrscheinlich noch gewonnen. Aber man muss auch sagen, dass er ziemlich supported wurde. Boah! Seine Grafik. Okay. Also Leute, es wird noch ein Together kommen. Und, was ich, was ich, was für eine Wertung ich gebe. Ich gebe 87, da es schon einige Kritikpunkte gibt, wie zum Beispiel diesen Siegbonus mit den letzten Treffern. Oder... Oder... Bowser ist einfach zu verweichlich geworden in diesem Spiel. Ich meine, man hat es eh vorhin gesehen. Mario war letzter, aber hat trotzdem nicht die Minus 5 bekommen, weil er letzter war, sondern Plus 5. Das finde ich auch etwas blöd, weil ich finde, auch als letzter sollte man sowas bekommen. Auch wenn es einem dann am Arsch geht, aber... Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn... Ja, neue Bosse oder so gewesen wären. Wie zum Beispiel ein Riesengumba. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass es einen gab, aber... Dann vielleicht noch die Koopalinge wären auch cool gewesen. Äh... Ja... Extraspiele finde ich jetzt auch nicht so gut. Minuspiele, das ist aber cool! Und das Museum, das hat mich noch nie interessiert. Oh, Leute. 88 oder was ich gesagt habe, ist eine ziemlich gute Bewertung. Und... Ja... Wir sehen uns dann. Äh... Ja, im Zug immer wieder. Tschüss, haut rein!